Ach, Isi, ist es nicht schön hier in der Cafeteria bei unserer guten Freundin, der Lunch Lady. Die wird uns sicher was richtig Köstliches zusammen mixen. Hier, heute gibt es Mystery-Suppe. Okay. Mystery-Suppe? Ich bin ganz sicher, welche Art von Mystery-Suppe ich möchte. Überrasch mich, Lunch Lady. Aber ich glaube, ich möchte hier immer durch. Moment, lass uns mal hier durch diesen Lüftungsschacht gehen. Mal gucken, vielleicht... Oh, wir können den aufschlagen. Oh, aufklicken. Ah, Aua. Oh, hier, hier, hier. Oh Gott, oh. Iiii, was ist denn das im Fliegen? Iii, wie egelhaft ist das denn? Es ist widerlich. Wenn das die Zutaten sind, die in die Mystery-Suppe kommen, dann möchte ich die vielleicht doch nicht essen. Oh nein. Okay. Sammle alle 15 Früchte. Oh. Okay, die Knöpfe sind böse. Oh, das durfte man nicht. Nicht auf die Knöpfe. Knöpfe sind böse. Ich dachte, das wäre ein Apfel. Ich dachte auch. Ich dachte, wir sollen die sammeln. Da stand, wir sollen 15 Früchte sammeln. Wo? Ähm... Na ja. Hier hängt jemand in der Luft. Das ist kein Problem. Ich weiß nicht, ob wir hier frische Früchte finden. Ich brauche den nächsten Lüftungsschacht. Breche ich mal auf. Kontrollpunkt erreicht. Wir sind hier wirklich in ekelhaften Abwassern. Guck mal, wie das da unten blubbert. Ja, stimmt. Oh, da ist ein Apfel. Ja, stimmt. Der erste Apfel. Nummer 1. Und ein roter Knopf. Und ein Knopf. Mal gucken, was passiert. Ja, wir dürfen den drücken. Ja, wir dürfen den drücken. Ja, auch. Steht kein Schild dran. Normalerweise bei roten Knöpfen muss man da ein bisschen voranschlich sein. Ja, das stimmt. Hier sind Laser oder so. Das hat ja jeder so in seinem normalen Lunch-Bereich hinten. Ja, na klar. Ganz, ganz, ganz. Oh, was? Keine Kinder in der Küche erlaubt. Die Mystery-Suppe ist noch nicht fertig. Oh, ich glaube, die wird uns jagen. Okay. Oh, die sieht richtig wütend aus. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Ich habe mir gedacht, wir müssen hier abhauen. Aber sie kann uns doch nicht kriegen hier oben, oder? Nee, aber ich glaube, wir müssen diesen Knopf drücken. Und da hinten ist eine Banane. Ah, die habe ich. Zack. Oh Gott. Au, ich bin ausgerutscht. Nein. Au, okay. Gute Nacht. Das ist nichts Schlimmes passiert. Ich drücke den Knopf. Und. Ah, der Exit hier rüber. Der Ausgang geht auf. Oh mein Gott. Gefrierung. Geschafft. Oh, hier sind wir sicher, Ronja. Ja, aber. Ist das hier? Au. Hier bist du dran. Schwierig. Ich finde es nicht so gut, dass die uns jetzt verfolgt, glaube ich. Verfolgt die uns noch? Also, vielleicht sind sie gerade verloren. Aber. Oh Gott. Oh, das ist die Mystery-Suppe. Oh Gott. Sieht gut aus. Aber fall bloß nicht rein, sonst sind wir Bestandteile der Mystery-Suppe. Das ist ja auch irgendwo das Mystery. Schade. Ich dachte, vielleicht. Ah, ne. Hier ist, äh. Ah, mein Gott. Hier. Warte, du hängst bei mir in der Luft. Hast du es schon geschafft? Echt? Ja, ich bin schon fertig. Okay, ich bin beim nächsten Kontrollpunkt. Oh, hier sind die Brezeln. Und Burger. War nicht schlecht hier. Ja, alles. Aber hier sind überall diese gefährlichen Knöpfe drauf. Das ist gar nicht mal so einfach. Ah, kein Problem. Für dich, Verlade. Warte mal, ich kann jetzt mal versuchen zu sterben. Vielleicht siehst du mich dann wieder. Okay, ja. Siehst du mich? Oh, ja, ja. Da bist du wieder. Ah, perfekt. Okay. Oh, Zagos. Lecker. Komm so her, hier. Hier. Kontrollpunkt. Wie im Pizzaofen. Aber hier kommen wir jetzt zu den Pizzen. Ach, gar kein Problem. Hier einmal durch. Huh. Zack. Ah. Das sieht alles so lecker aus. Oh Gott, oh Gott. Oh. Oh, hier bin ich einfach lang gelaufen. Hi. Ein kleiner Dummi. Hier. Zack. Holz. Hä? Was ist das? Hier ist ein Apfel hinter. Oh. Das ist, glaube ich, eine Orange soll das sein bei mir. 15 Früchte sollen wir sammeln, aber... Ja, ich glaube, wir haben schon welche verpasst, oder? Garantiert. Ich will ungeheben gehackt werden. Ach du. Au. Warte, was? Mann. Nein. Hack mich nicht. Und es hackt nur in die Lücken. Ja, ja. Ja, ja. Ja, dann sind wir ja also bestens ausgerüstet. Hier. Geschafft. Ich warte noch mal auf das nächste. Ach, hier ist gar kein Messer mehr. So. Hier ist ein Checkpoint. Komm her. Oh, hier ist auch eine Frucht. Und ein Apfel. Und schießende Sandwiches. Die Lunch Lady ist auf jeden Fall beschäftigt. Die hat hier einiges going on. Nicht nur die Mystery-Suppe. Die hat eine ganze Essensproduktion. Warte mal. Oh. Beharrlich. Ich werde dich diesmal erfangen. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Sie hatte noch. Lunch Lady, wieso? Wieso tust du mir das an? Hier ist der Ausgang. Warte, wo? Wo ist der Ausgang? Ich habe den Kopf gedreht. Hier rauf musst du. Achtung, nicht auf die Bananenschalen. Oh. Okay, sie ist unten. Ich glaube, sie kommt hier nicht auf diese Rohre hoch. Sehr gut. Ich glaube auch nicht. Dafür ist sie ein bisschen zu schwer gewesen. Die Lüftungsschacht. So, zack, zack, zack. Okay, noch mal. Komm. Kannst du mich sehen? Ja, ich sehe dich. Okay, perfekt. Okay, dann ziehe ich durch. Der Checkpoint. Aber wie sollen wir da lang kommen? Ah, nee, warte, warte. Hier kommt was. Unfassbar. Okay. Ich habe es geschafft. Ich habe den... Was? Ich wollte gar... Wie jetzt? Ich war so sicher. So. Ich bin so schlecht. Ich habe es geschafft. Ich bin so schlecht. Das ist halt so ein bisschen der natürliche Zyklus, der hier abläuft. Okay. Okay, ich habe es geschafft. Das war wirklich. So. Weiter geht es hier im Text. Oh, hier sind... Ah, das sind kleine Explosionen. Mit deiner Seite lang springen, Ronja. Ja, ja. Das ist ein richtig guter Tipp, den du mir da gibst. So, weiter. Warte mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Ah, da kommen so Plattformen von oben. Hey, das ist das Problem. Aber, ähm, das ist ja keine wirkliche Gefahr. Warte, hier kommt gar keine Plattform, da muss ich ja nicht aufpassen. I don't know. Doch, eigentlich schon. Oh, okay. Ich gehe dann einfach durch. Dann warte ich nochmal. Ja, komm her. Ist egal. Oh, und noch eine Manderine. Sechs von 15 habe ich gesammelt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir einfach einen übersehen haben. Obwohl, da hinten ist ein Apfel. Das ist der nächste. Äh, ja. Explosive Minen. Ein... Ach ja, ganz normal. Köstlicher Pfirsich. Nom, nom, nom. Oh, ich liebe Pfirsiche. So. Hier geht's hoch. Weiter, auf in den Propeller. Oh, nein, 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 nein. Oh Gott, warte mal da oben ein bisschen Laser. Ja, ich habe mich auch ein bisschen zu sehr über den Propeller gefreut dafür, was es dann ist. Oh Mann, oh Mann. Das ist wie so ein Dropper, aber in Falschrum. Weißt du, was ich noch schlechter kann als Obis? Nein, Dropper. Oh, okay, okay. Geschafft. Nein, ich kriege die Banane nicht, Alter. Was? Die wurde hier gerade einmal aus dem Map geschleudert. Ja, die kriegt man aber nicht, wenn man zu schnell durchgeht. Oh mein Gott, wie? Wie soll man das überhaupt schaffen? Ich habe hier keine Ahnung. Ich bin auf dem Map. Ich habe gewonnen. Okay. Ich speedrunte es mir. Ich bin auf dem Map. Oh, was? Nein, ich bin reingefallen. Oh, warte, warte, ich glaube, ich habe es. Nein. Okay, jetzt. Oh. Nee, Banane ist weg. Checkpoint erreicht, immerhin. Man nimmt, was man kriegen kann. Ah! Da bist du! Oh, hi! Na? Hallo! Stimmt's? Das war ja furchtbar! Bring auf den Hotdog! Yeah! Hallo! Oh! Der Senf ist sehr hochschleudert. Hier, was haben wir denn jetzt? Oh, schon nicht. Oh, ein paar. Ich habe jetzt aufgegeben mit den Früchten, weil ich habe ja die Banane schon nicht bekommen. Ja, ist unfair. Das war eigentlich egal. Fuck! So, zack. Jetzt kommen wir durch. Gar kein Problem, ob ihr Experten... True Man Bar. True Man Bar. Kannst du das essen? Das sieht erst wie so eine Schokobiegel. Aber... Oh, ein Appel! Ich habe natürlich ein bisschen mehr Lust auf Mystery-Suche gerade. Ich glaube, das verstehst du. Wir sind ja hier die ganze Zeit so ein bisschen auch... Oh! Eine Mission! Ich dachte, ich bin in der Mine vorbeigelaufen. Aber jetzt weiß ich immerhin, dass ich auf die rechte Seite muss. Wir sind fast durch, Ronja. Wir haben es fast geschafft. Denkst du? Beeilung! Oh, ja, stimmt. Man sieht diese Bar. Yeah, hier ist das Ende. Komm, schnell! Okay. Hier geht es weiter. Hier sind wieder die Tollettes. Aber die fallen runter. Pist auf! Nein, nein, die fallen nicht runter. Doch, die fallen wirklich runter. Banane! Banane! Oh, Schokokekse. Ich liebe Schokokekse. Oh, die fallen aber auch runter. Ja, da musst du halt schnell sein. So als schneller Obby. Das ist ja kein Problem. Hier geht es einmal hoch. Cool, Laser. Einmal nochmal durch die Laser. Die Birne nehmen. Wieder Laser. Huch, ich bin hier oben gesponged. Gar kein Problem. Eigentlich ist es ein bisschen... Dem an, das hast du locker easy geschafft. Ja, ja. Ich habe das locker easy geschafft. Nice. Das war auch kein Problem. Oh mein Gott. Oh, ja. Haha, dieses Mal ist es kein Entkommen. Du musst jetzt mein leckeres Mystery-Essen essen. Das ist doch was. Ja, wir wollen es dir aber auch essen. Wir wollen noch. Lunch Lady. Gib mir her. Gib mir das Mystery-Essen. Super länger. Ich bin hungrig. Ich möchte noch nur Mystery-Suppe genießen. Au. Okay, das war wohl nichts. Ich muss nochmal durch die Laser. Gib sie endlich her, die Mystery-Suppe. Hier muss ich hin. Falsche Richtung. Du kannst sie nicht von mir verstecken. Bei dir läuft es besser. Ich muss jetzt... Und sie ist tot. Bei mir nicht. Ich muss neu anfangen. Aber die sieht ein bisschen eklig aus. Lunch Lady, ich hoffe, du hältst dich an sämtliche Hygiene-Vorschriften. Weil ich habe hier ein paar Probleme gesehen. Äh, in der Küche. Ich fand es ein bisschen eklig. Ruf das Gesundheitsamt, Trudia. Weil also, sie hat sich ja auch offensichtlich... Sie hat ein Haarnetz an. Das muss man ihr geben. Das stimmt. Sonst so... So ein paar Fliegen im Gesicht. So ein paar Fliegen im Gesicht. Es riecht auch. Hat das ein Tier, die Lunch Lady, Ronja? Weiß ich nicht. Fliegen im Gesicht? Also, wir hatten auch Lunch Ladies in der Schule. Aber die hatten keine Fliegen. Die umgeflogen sind. Also, ihr könnt ja bei eurer Erfahrung in die Kommentare schreiben. Aber bei mir war das nicht so. Ich werde jetzt hier im Kreis einfach laufen. In der Hoffnung, dass sie mich dann nicht mit ihrem blöden Essen erwischt. Ähm... Ich finde es schön, wie du auch den Boss schon seit fünf Jahren besiegt hast. Und ich mal wieder neu starte. Zum, keine Ahnung, achtzigsten Mal. Verstehe nicht, wieso? Die ist so easy. Ja, sag das doch nicht. Sonst denken hier alle, ich bin einfach nur schlecht. Was vielleicht stimmt. Ich habe es fast geschafft. 130, 110, 90, 80. Dafür freut man sich halt umso mehr, wenn man es dann schafft. Oh, yeah. Ich habe es hingekriegt. Let's go. So, Lunch Lady. Dann, ähm... Sag mal her, was hast du in deiner Mystery Suppe so drin? Noch ein Apfel. Oh. Ja, gut. 10 von 15 ist ein bisschen... Wie ein Mau. Oh Mann, immerhin essen ist so gut. Das ist ein gesunder Snack. Es heißt, Mystery Suppe. Okay. Wir haben es geschafft. Wir sind der Lunch Lady. Entkommen. Ich werde nicht mehr in diese Cafeteria einkehren. Ich werde auf Google eine Ein-Sterne-Review da lassen, habe ich mir überlegt. Was? Null Sterne. Hat mir nicht so gefallen. Mystery Suppe roch komisch. Warte, wo bist du denn? Bist du nicht am Ende? Doch, ich bin bei dir. Ich stehe direkt neben dir. Bist unsichtbar. Na gut. Ich bin unsichtbar. Na gut, unsichtbare Isi und ich haben es auf jeden Fall geschafft. Wir haben die Lunch Lady besiegt. Wir sind entkommen. Wir haben uns nicht die Mystery Suppe geben lassen. Und ich denke, das ist eine wertvolle Lektion, die ihr alle mit nach Hause nehmen könnt. Esst nicht die Mystery Suppe. Wenn die Lunch Lady unhygienisch aussieht, dann nicht durch den Lüftungsschacht einbrechen. Gern geschehen für die Lifehacks. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne ein Like, abonniert den Kanal, schaut bei Isi vorbei und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.